Jannis, der große Favorit, mit hervorragenden Weiten vorweg. Und ich habe mich immer so nach und nach von Wurf zu Wurf zu ihm hingearbeitet. Und dann aber plötzlich der fünfte Versuch, wo eben ich erstmals über 90 Meter geworfen habe bei diesem Wettkampf. Und Jannis hat natürlich gekontert, aber zwei Zentimeter weniger. Und das haben sich die Menschen alle gemerkt. Dann natürlich in München, meiner Heimatstadt, und in Deutschland, die Olympischen Spiele. Das ist Zielsetzung gewesen, hier möglichst viele Medaillen zu gewinnen. Und ich war dabei. Und was ist diese Freundschaft jetzt geworden mit Jannis und Sie? Das bedeutet zwei Zentimeter. Zunächst mal war Jannis 1968, wo ich ihn erstmals direkt habe gesehen in Mexiko. Das große Vorbild. Ich konnte viel lernen von ihm hier. Ich beobachtete ihn beim Werfen. Ich habe mich auch erkundigt und habe mit ihm gesprochen über das Training, über die Taktik, wie er sich vorbereitet und so weiter. Und da habe ich mir gesagt, hier die nächsten Jahre, ich will auch so stark werden wie Jannis. Und er war für mich nicht nur der Sportler, sondern er war für mich als Mensch sehr, sehr wertvoll. Ist es auch heute noch. Und da begann unsere Freundschaft auch insofern, wir waren oftmals nach großen Wettkämpfen anschließend zusammengesessen und haben mal ein Bier getrunken oder waren gemeinsam essen. Das war eine Gemeinschaft, diese Gemeinschaft, glaube ich, die hat unsere Gemeinschaft sehr stark gemacht. Und Jannis kann heute noch zu mir nach Hause kommen, wann er will, wie lange er will. Er ist immer herzlich willkommen. Ich bin auch. Ich hatte etwas Angst vor Beginn dieser neuen Saison, 1973. Ich hatte viel gefeiert nach dem Olympiasieg, einige Monate bis Ende Januar. Und dann hatte ich Angst bekommen, die neue Saison mit schlechter Leistung zu beginnen. Und hatte nochmal richtig trainiert. Und dann ist genau das Gegenteil eingetroffen. Ich wurde besser, noch besser. Und konnte an und für sich auch partizipieren von diesem Training Olympia. Und der erste Wettkampf war dann eben auch für mich sehr überraschend, diese 94,08 Meter. Einfach so Überraschung. Bitte? Einfach so Überraschung. Einfach so. Nie geplant, oder? Nein, geplant als gute Weide, ja. Aber ich habe auch gestern die Story erzählt hier. Ich hatte zwei Tage im letzten Training mit dem Damenspeer sehr, sehr weit geworfen. 120 Meter. Damenspeer war für mich immer Kontrollsystem hier. Wie ist die Technik? Wie stark kann ich mich eventuell im Wettkampf technisch entwickeln? Und das war zwei Tage vorher, 120 Meter. Das war auch für mich ganz überraschend. Aber eine sehr gefestigte Technik. Das war sensationell. Gibt es noch was? Interessant ist es, dass ich in Deutschland oft, oft angesprochen werde, ja, was macht eure Freundschaft? Was macht das Leben von Jannis Nusses? Jetzt auch hier, die letzte Woche, waren mehrere Berichte in den Zeitungen über seinen Geburtstag. Und da sieht man, hier ist eine Gemeinschaft zustande gekommen, was es nur im Sport gibt, ja. Und wie gesagt, ich hoffe, Jannis bleibt gesund, ich bleibe gesund und wir können uns noch lange treffen über lange, lange Jahre. Okay, ich will schauen. Und man hat die Möglichkeit, mit ihnen zu reden, und man kann sagen, dass alle bessere Wörter sind ja auch über die Stadt, ja über die Stadt, ja über die Menschen. Nun, was wir starten, ja? Wiruesto 함께 wachsen. Das Kapital, Kreisejakra. Frau Sankung, Viktor Zygulenka, Ucraina. Slaven ist DIGU Zentrimetru, ZFG Erdre, Hart, Klaus, Lupermann. Wir sind in der nächsten Runde, das ist der Stadion, das ist der Haul-Fraktion. Das ist der Haul-Fraktion. Wir sind in der Stadion, die Federale-Mustradienste und der Landwirtschaft abgefunden sind. Ja, das macht mir jedenfalls. Nikos Nemeck, nochmals, guttodächsendlich, Sestergalt an uns Cosperity Champions. Ja, ne, 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 ne. Derz Kouchars. Derz Kouchars. Derz Kouchars. Jaki Sobensko zbierało, wierzeciem mimo skrótowi. Szczęstę mimo zbierało, zbierało. Zbierało. prasannań, zbierało. Prostarowami k 정도로, ganzu w Paris-cu. Aleksandar Bocarów-Rosija. Boli to 60-80, tak jak to na spolek, ale to jest pewna dzienka. Jaki Momowa, Rócik, wierzeciem, wierzyciem, 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 Es ist ein sehr guter Komponier. Es ist ein sehr guter Komponier. Elvira Ozoliņi, die wir sehr gut sind. Wir sind jaunzeme und auch Stainis Kula. Ja, es gab es nicht. Es gab es nicht. Es gab es 4. Komponier. Will ist Kul Mateusz dont Kallend Kardos. Junge seiner protegent Redaktion porter김을, die wir sehr gut haben. Ich hab es nicht. Tschüss. Trie Aplausos 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 Lūk mūsu pleiade Cik daudz skaistuma Ja viņi mums savlaik visi ir uzdāvinājuši Atceriesimies katru seist Dievnoti Viņu metri Tās ir mūsu emocijas katram savas Liecēt kopā to ko jūs redzat Un to ko jūs jūtat Tie ir brīnišķīgi mirti Tās ir īstās mūsu legendas Latviešu legendas Nonest mazu uguntiņu Lāpā tātāt Mārisiņu Vien no izcilākajiem arī jaunajiem Mūsu šķēpmetējiem Un aicināsim mūsu izcilniekus Mūsu olimpiskošs čempions Aizdegst šoreiz Nevis sacensību ugumi Bet tā ir tiešām Šai vienpads bit grāts mazliet saltajā maija dienā Aizdegst šoreizu Esos Und wir sind jetzt alle, die wir hier sind. Und wir sind jetzt alle, Janne Lutz, wir können uns heute Morgen sagen, dass wir uns die Olympische Sportarten sagen können, dass wir uns diese Hälfte auswählen sind. On, 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 on We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions, we are the champions No time for losers, cause we are the champions Of the world You and your captain Listen to me Musik Tu esi, Aldina, tu esi braunis, tu esi Indija. Paldies! ... 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 Das ist es heute sehr gut. Man hat es dir, wenn man es gut zu verändern, über die Liga und die Abwälte, die wir hier im Rahmen hinzunnen, jetzt können wir es heute zusammen mit einer Liga Gitarre für alle die Gewohnheiten, wir haben alle die Erwartungen, alles in die Ukraine, die Ungarnis, die Kriege. und hier, auf Pläscher, auf Pläscher Stärpmetern. Heute ist das ein Giener, dass wir die Diem vierte, diem vierte, diem vierte, diem vierte, diem vierte. Wir müssen diem vierte, um unsere Frauen, die wir, die wir diem vierte, diem vierte, diem vierte, diem vierte, nicht mehr so, um unsere Tradition zu geben. und das Ver样s an Daserteid zu verkauern. Et das heated, dass ich heute gewann. Bis zum Beispiel an in den Jahren es gab einen die wir sind und Ich bin ein paar Maler, ich bin ein paar Maler, ich bin ein paar Maler. Tag klausies. Stātad, augstigodējumais Lūša Kungs, sirsnīgi sveits jūs jubilējā. Jūsu ka olimpiskā, Eiropas un Latvijas čempionu vārdu sporta vērās, turai ierakstīts ar zelta burtie. Vies valsts prezidents Valdis Zatlers. Lūsu Kārlim Griežkalnam varbūt to iespēja pēc nodot, pēc tam tātad šo apsveikumu. Labdien. Kā es pārstāvu izbrītību zinātas ministrija, olimpisko zelta, sodrabumu romiska meda iekvēja. Čertkārtēm Eiropas šeitēno zelta meda iekvēja un daudz cik, satansību uzvarētājumu, jauni lūsu.